Zuckersüßer Nachwuchs für Florian Silbereisen auf dem Traumschiff. Ein kleiner Junge verzaubert die Passagiere. Doch ist Kapitän Max Pager, gespielt von Flory, der Papa? Endlich ist es wieder soweit. Am 26. November schippert das Traumschiff wieder übers Wasser. Und es bleibt spannend. Denn diesmal steht der Nachwuchs im Vordergrund. Denn ausgerechnet ein Baby wird in Kapitän Max Pagers Kabine gefunden. Von der Mutter keine Spur. Nur ein Zettelchen verrät, dass der Kapitän der Vater ist. Aber welcher? Denn Max und auch Stiff Kapitän Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, streiten eine mögliche Vaterschaft ab. Florian Silbereisen bleibt dem Traumschiff treu. Seit 2019 ist Florian Silbereisen nun als Kapitän Max Pager auf dem Traumschiff zu sehen. In diesem Jahr häuften sich allerdings die Gerüchte. Er könnte das Schiff bald verlassen. Zum Glück gab das ZDF schnell Entwarnung. Auf Anfrage von Schlager.de erklärte der Sender. Florian Silbereisen wird bei den neuen Traumschiff folgen 2023-2024. als Kapitän Max Pager zu sehen sein. Und auch danach soll es für den Schlagerstar noch weitergehen. Auch für die geplanten Dreharbeiten 2024 steht er dem ZDF zur Verfügung, heißt es weiter. Die Fans können als aktuell aufatmen. Untertitelung des ZDF für die